Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Redguard. Die Antwort hier oben ist simpler als ich eigentlich gedacht hatte. Wir haben das Ding schon, was wir suchen mussten. Und wir haben es auch schon richtig gemacht. 1. C-26, Kamenera, 864. 2. C-26, Kamenera, 864. 3. C-26, Kamenera, 1845. Wo ist sie? Ich weiß nicht. Ich dachte, das würde sagen. Was wissen Sie, dann? Als Azar hat die Liga geändert, hat sie sich verletzt. Sie hat uns die Aufmerksamkeit von Prinz Ahtor. Vor Azar, wir waren ein wildes Pakt von Nationalisten, mit starken Wäldern und enthousiastischen Schemen. Unsere Beziehung hat Ahtor aus dem Anbieter zu eröffnen, aber wir haben ihn für ihn in secret gearbeitet, entfernen Vorbeer-Trägers auf dem Mainland und schütten Imperial-Emissaries, zu lange auf unseren Bordern. Und dann kam der Krieg all den Weg zu Strosmachai, wo Ahtor sollte er gewonnen haben. Er hatte Hunding's Fire mit ihm, er würde ihn zurückkehren von Hammerfell, für immer. Die Liga war nicht in die Beziehung in die Beziehung, für die Strecke's sake. Wir waren die Beziehung von weit entfernt, und in dieser Beziehung wir sehen, ein neues Empire. Das ist ein Dragon, und niemand konnte gegen ihn stehen. Es hat Prinz Ahtor? Ahtor challenged the beast, aber er hat nie erreicht. A poisoned arrow von Rigdon's henchmen fehlte der Prinz, als er rutscht headlong zu treffen den Dragon. Was hat das zu tun mit Azar? Als Ahtor lay dying, sein Wizard, der Archmage Voa, versucht, zu schützen seine Leben. Der Dragon war über sie, und es gab keine Zeit. Voa gathered Ahtor's life force into a soul-gem, und als die Feuer rief, die Battle of Strosmachai endete, und Azar's trouble begann. Get to it! In another story, all together, the League got its hands on the soul-gem. Reservoir, the Prince's power, and the narrative of wishful thinking began. The Restless League now had the means to bring back the Prince. We could restore Prince Ahtor from the soul-gem, and under his banner, fight the Battle of Strosmachai again. This time, right ahead its side. And then that little witch took it. Azar took the soul-gem? And with it, the fate of Strosmachai. The Prince's spirit within that gem was the spark to ignite a revolution. When Azar stole the soul-gem, she stole from us that fire. Where would she have gone with it? If we knew that, you wouldn't be here right now. The only reason we let you in the hideout was to find out what you know, or what this could tell us. We both seem to still be looking for our answers yet. I'll be back if you're lying, and I'll spare no one then. Find the soul-gem, and you'll find his arm. Take me back to Strosmachai. This is bigger than your sister, Redguard! Remember that? This is about the kingdom! This is about Hammerfell now! Damn fool. Maybe just the damn fool, we need to find Azar in the soul-gem. Maybe so. Okay. Okay, also, yeah. So simple was the answer to what we needed for the book. So, let's go, we still have a place. Oh, we still have a place here. Oh, It's a new time of time. I'll do this for a save game, but I'll do this for a save game. Just to make sure to go. So. Die Kompass haben wir auch die ganze Zeit aktiv, keine Ahnung warum Aber ja, jetzt haben wir auch immerhin noch eine neue Zwischensequenz Was haben wir jetzt eigentlich hier ? Wie ich den ? Wie ein ? 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 Das ist sehr viel Text, aber wir hatten hier noch ein paar Aufgaben gehabt, hier irgendwas mit Jotog in Hattenvar, Hayley. Hayley´s mother Saban can't complete the burial ritual for the murdered boy, as she has to protect his spirit from the soul snare, said by Ngasta. This soul snare calling to Avik, send the spirit of the departed to Ngasta unless the victim is buried in consecrated ground. Hayley was born under the... a young Newfoundland was killed by the Imperials, Avik Halls and Marder. Hayley's family came outside the city, waiting to complete the burial ritual. Lass mal die suchen. Da bin ich jetzt auch neugierig, was das genau macht, was da passiert. Würde ich auch gerne wissen. So, die sind ja außerhalb der Stadt, aber irgendwo im Norden, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Orgertroup, Norden und so. Ja, ich glaube, die sind ein Nerd von Strass and Cry. So, die sind ja immer noch hinter mir her. Ja, genau. Gebt mir erst mal auf den Sack. So, das Ding ist auch Progendwahr erledigt. Fertig. So. So. Gehen wir mal gucken. Wie hieß jetzt die eine da? Sapal oder so, ne? Wo war denn das? Saban. Saban. Die müssen wir jetzt mal finden. Schauen wir mal, was da gibt's, was wir dann da für eine Quest kriegen. Okay, direkte Quest sind das ja halt immer noch nicht. Ich finde es aber jetzt interessant, dass hier jetzt eine ganz andere Tageszeit ist. Da hinten läuft schon der nächste, das Stressbild. rechts noch mal zwei. Ne, die kämpfen gegeneinander, oder? Jetzt nicht mehr. Ja, geht nicht mir auf den Sack, geht jemand anderen auf den Sack. Ich habe keine Zeit, euch hier kaputt zu machen. Komm schon. Da ist ja auch noch eine Staple. Erstmal zu der Staple. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ah ja, doch, hier kenne ich dann aus. Wo die zwei jetzt tot rumliegen. Wo ist denn das da? Ui. Jetzt rufen wir hier runter. Ah, okay. Ah, hier sind wir. Ja, wir suchen aber jetzt erstmal Saban und ihre... ihre, äh, Mitbewohner, Mitreisende, was auch immer. Zelten ja hier irgendwo. Oh. Ui. Nicht ins Wasser, bitte. Da vorne sind wieder zwei. Ich hoffe, die sind jetzt nicht die Bösen. Ich hoffe, die wissen jetzt bereit, dass wir zur Restless League gehören. Okay, dann halt nicht. H Corey. Ich hoffe, die sind richtig nicht. Das ist halt erst eine Bösen dabei. Oh. Oh. Ja, ich bin. Oh. 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 Was ist das? Okay, die haben wir erledigt. Ja, Gold ist jetzt eher nicht der Drittel. So. Wenn Held Potens, die wären Lympholler nützlicher für mich. So, aber wo sind jetzt die Bewohner? Was ist denn das da? Ach so, das ist die Brücke für den Gast. Ich habe aber das Gefühl, den Gast werden wir so oder so noch mal einen Beduch abtarten dürfen. So, da hinten sind auch noch wieder Leute. So? Oh, well, was wir jetzt auch so weit haben? Ja, da hinten sind viele. Oh, was? Da oben sind wieder Wäldchen. Ja, Strength Potion braucht jetzt nicht. Aber hier haben wir sie schon gefunden. Geht weg! Geht sie allein! Was ist das? Ja, ähm... Hi. Hallo. Äh... Heidi. Ich habe gehört über deine Bruder von Soldaten. Entschuldigung. Danke. Wollen Sie darüber sprechen? Es ist einfach schwer. Ich habe meine Mutter mit Hale getötet, und wir sind nicht in der Stadt, und alle anderen verlassen. Und jetzt ist es nur die zwei von uns. Und ich weiß nicht, was wir machen. Ich bin Coil, bei der Seite. Ich bin Cyrus. Ich bin wieder. Entschuldigung über deine Probleme. Äh... Soul Snare? Ich bin überraschend, dass deine Mutter sich da ab und zu Hale aus einem so starken Necromancer schützen kann. Du solltest nicht sein. Meine Mutter ist eine körperliche Wälder. Die Wälderin Mutter unserer gesamten Gemeinde. Wenn Hale nicht geboren wurde unter dem Signum eines Serpentes, dann hätte sie durch die Necromancer schlafen können. Ach, Gott. Eine der Konstellationen? Ja, die anderen zwölf folgen die Zirkels des Heavens, Gäste und Charges. Aber der Serpente hat keinen Master. Es bewegt über die Heavens, um die anderen Konstellationen in ihrem Weg zu gehen. Der einzige Weg, um die Hale-Soul durch den Necromancer's Snare, ist, um die Star-Stone in die Position des Serpents' Hände und Hände zu stellen. Aber es gibt keine Möglichkeit, um die Serpente zu prädiken. Uh, Star-Stone? Sind sie die Star-Stone da? Das stimmt, Cyrus. Normalerweise wäre es einfach, aber Hale wurde geboren unter dem Signum der Serpente, und der Serpente's Pass kann nicht zu prädiken. Guardian- und Charges? Ich habe nicht viel Aufmerksamkeit an, Astronomers. Guardian- und Charges? Ach, Cyrus, jeder weiß, dass die drei Guardian-Soul durch die drei Charges in ihrem eigenen Zirkel des Heavens. Ja? 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 Ja ja? Ja, die sind nur oder? Spalte der Schmerzen über die Mäge? Ja? K- Wie ist das ganze Vers betechtet der Magge? Wissen-Gages-Ads-Alf, Apprenti schon zu lernen, Ritual-Ring-Ring-Ring-Ring-Ring-Ring- binnen-Kart. Wie war die Versen über den Tief wiederum? Der Tief schlägt, Lover schlägt, Lüge schlägt, Lüge schlägt, Lüge schlägt, Lüge schlägt, Lüge schlägt durch die Nacht. Wenn es keine Art von der Tief schlägt, wie kann deine Mutter überhaupt die Ritual? Ich weiß nicht. Ich möchte helfen, aber ich weiß nichts über die Stars. Alles die Mutter kann machen, ist weiter die Song der Passage, um die Heil-Soul zu verlassen. Cyrus, kannst du uns helfen? Ja. Ich mache das, was ich kann, Coyle, aber keine Angst, du kannst mich aufhören. Danke, Cyrus. Bitte, schnell, ich weiß nicht, wie lange meine Mutter die Song zu halten kann. Sind Sie und deine Mutter die einzige Yokudens auf der Eiland? Wir sind alle, die es leften. Der Tag, nachdem wir Hale schlägt, hat der Gouverneur all die Yokudens aus der Stadt gebraucht. Sie nannte uns alle Träger. Also, alle anderen in die Hauptstadt gebraucht haben. Aber wir können nicht weg, aufgrund der Necromancer versucht, die Heil-Soul zu verlassen. Necromancer? Warum würde der Necromancer wollen, die Heil-Soul zu verlassen? Nein, nicht seine Soul, speziell. Die ganze Eiland ist in seiner Eiland-Soul-Soul. Das ist, was die Mutter sagte. Jeder, der stirbt, ohne den richtigen Ritual, seine Soul geht in seine Tauern, und er hat sie in seine Armee zu verlassen. Moment. Wo ist diese Necromancer? Cyrus, du willst da nicht gehen. Der Necromancer schlägt jemanden, der in seine Tauern und schlägt seine Soul. Der Necromancer schlägt jemanden. Ich bin froh, das ganze Eiland-Soul-Soul-Soul-Soul-Soul-Soul-Soul-Soul-Soul-Soul-Soul-Soul-Soul-Soul-Soul. Das ist ein Schritt für dieses Jahrrohbuch. Was ist deine Mutter und schlägt? Er ist alles gut? Bitte lasse sie nicht auf die Tauern, Silas. Wenn sie nicht über die Tauern der Passage... Hale-Soul geht zur Necromancer. Es geht so, die Tauern. Also eine Tauern für Soul? Also die Tauern der Tauern noch nicht hat, das Leben, für die nächste. Nein. Die Tauern wird hier in die Tauern beschlebt, bis sie vor der Diederlässtanzien 자신it. Wenn sie die Tauern beschlebt, Ok, dann ist der Rock Elis Death Contact League Das ist aber auch Dank welchen Sieg für ihr Die War Hale in der Lied? Kontakt Lied? Okay. Vielleicht können wir später sprechen. Ich würde helfen, wenn ich kann. Wir müssen den jetzt ausschalten. Oder zumindest einen Besuch abschalten. Warte mal, wir lesen das hier nochmal durch. Die Jörgudan Koeil, sagt, dass Isara came with his wounded brother Hale to Saban to ask for help on the day Hale was killed. Zara tried to explain, but Saban was too upset to listen. Koeil said the necromancer Ngasta has set a soul snare over the Empire Island of Strossmkai. Anyone who dies without the proper ritual has his soul carrier to Ngastas Tower to serve the necromancer. Okay, dann starten wir an Ngasta einen kleinen Besucher. So, ist das überhaupt noch der richtige? Ja, das ist der richtige Weg. Einmal einen Gaster auszuschalten. Oder zumindest befliegen. Immerhin verdienen. So, dann machen wir hier auch noch einmal einen Save Point. So. Und los. So. Gestatten wir den Gaster mit einem kleinen Besucher. Gestatten wir den Gaster mit einem kleinen Besucher. So. So. Der r 치겠죠 wird meistens der Weck bliht. So, der eine Zollby geruchtet wurde. Kommen wir отверnungwege? Kommen wir wieder raus? Ohne hinzu zu knutzen. So, parameters取測�sortiert worden. Wie durch diese zer 탓Thank the same thing. So if we liegen in Tränsstore in gomanceram SOLO RECTOREN! Zell08-0. Okay. Okay, war... ...hab ich mich geirrt. Erstmal von so einem Hentai-Monster hier gefressen. So, und... ...ja, jetzt haben wir's. Data wird jetzt schwieriger. Cyrus... ...bisschen zurück. Und... ...jetzt. Ach, jetzt. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Und so. Und nochmal, hopps. Hier nochmal nach links. Und dann haben wir's jetzt gleich. So, da wären wir. Nein! Cyrus? Hier. Okay. So, wie war das nochmal? Geld geben, ne? So, dann ab zum Gaster. Mal schauen... ...was er zu der Sache da zu sagen hat. Ja, wieder die kleinen Zombies hier. Hm. 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 Was jetzt gerade Story relevant ist. Kann das sein? Ich bin kein Experte von dem Spiel. Also ich spiel das jetzt wirklich das erste Mal. So, aber... ...bestimmt unter meinen Zuschauern hier unter euch ist ja jemand da, der Experte hiervon ist. So. Ne. Dann machen wir jetzt auch nochmal ein Safe Game, weil wir jetzt hier sind. So, und los. Versuchen wir mal. ...den lieben ein Gaster. Okay, diese untoten Kämpfer sind aber jetzt zum Glück nicht wieder da. Ich habe aber schon verdacht, wie wir da gleich wahrscheinlich wieder rüber kommen müssen. Wo sind die Zombies denn? Ach, da hinten. Finde super, wie die Zombies hier rumlaufen. So, ich glaube hier links rum war es einfacher. Jo, der will jetzt was von mir, okay. Okay. Ja, da war der Weg. Jetzt nur die Frage, wie... ...kommen wir da überhaupt jetzt frei. So. Ja, bloß nichts runterfallen. Äh, genau. So. Wie kommt man da jetzt rein? Gibt es da noch andere Möglichkeiten hinzukommen? Boah, keine Ahnung gerade. Aber ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer MaxDeos und... Ciao! Au. Au. Musik Musik Musik